Und da kommt eine Reihe noch einmal von der Pschimien bei Echoi, wo es gesagt hat, dass wir mehr der Schaue in Schirr-Achiri, mit der ganzen Sipur und der Riechus am meisten. Wo den Kudus am meisten ist, hat sie gewähnt eine Portfolge, wo sie es an gewähnt ist, zu ihm essen schonen, und bei seinen gewähnten Kindern. Aus und dem Kudus am meisten ist das Gefühl, die Pschimien bei Echoi ist, und die Pschimien bei Echoi ist in der Lager, und bei den Kudus ist der Schaue in Schaue w rattling, Als er sich in der Achone zu dem Pirot und in der Akdomelose ist der Gehle-Reich das machen als Sude. Wenn es ja weggegangen ist, die Verfolgung hat gemacht als Sude und Sude hat das, wie man macht zu Achassene. Es gab Wajischtu, Wajischtu und Imei, bis wann ist Asse ein Teil getroffen mit dem Bauch. Als er gewöhnt, bis in einem Leben von Wajischtu und bis wann ist Asse ein Schlöcken geworden und bis jetzt hat er es aufgehabt vom Schlöck und mit welcher Achieber, mit welcher Kirche, was er geworden ist, hat er gesagt der Früh, als er mich sagt, es darf sein Pirot. Nur wenn der Kli, achefet stehe, was ihr gefällt, als heute schon viele, man geht sich voneinander, kommen sie erst klein, welchen Chefet sie will, was die Finzer Barbeis und das mit sich mitnimmt. Bescherście gewöhnt hat er, wajischtu, wajischtu, wir um immer, hat sie gesagt, lawa d-r und l-schiv Chei göch'e, haben sie auch mitnehmen, den Ball, was er dem B-Hilgeschlossu, und sie gegangen, zusammen mit dem Mosche getroffen, geht danach. Aber, bei Beis Avio, die Chance hat sich hochgehabt von Schloss, hat sich gefragt, wo gefühlt er sagt, sie haben gesagt, bei Beis Avio, hat sich gefragt, was tut er dort, was hat er zu tun, bei Beis Avio, hat sie ihm geimpft. Aber bald hat er gesagt, dass sie kommen, mitnehmen mit ihr, dem Kepizte, wie Jokor, hat sie nicht keinen besseren Kepizte, wie ihr Mann. Hat sie am mir genommen. Der Herr Tazami, ist mit weiterer Regenzer, der Pshimim bei Echoi. Und der Pshimim bei Echoi, auf sie mispalel gewinnen, und seine Gebetsch gewonnen, bezahe, rechai, ewe, kajom. Und dann auch, der weiterer Mamschik, amak, Kodesh Boruch, auf Peked HaKoreis, hikach Tzadikim, Pekedim HaKoreis. Wodos, eweich, taascheichis, und daascheichis, und daascheichis, und daascheichis, und daascheichis, und daascheichis, woos HaKoreis, und daascheichis, 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 und in einem Busser, und in einem Busser der Reibschte, und in einem Busser der Hefe, der Zettel von jeder Rieden und von allen Rieden, und der Gifinzich mit den Rieden, bei Galusson, von Kvmizoktus in Ascholos Amosho. Kommt also noch ein Ries, und die Hurepschime, also kommt ein Ries befehl, also wer der Eisch und Eischow bejahed, der Eischtermittiden in Arnefen, was Yisroelumauke Belchedei, und sehver der Masseem scherzadikim, wie amachkulon zadikim, teiru mitzvieser, asedodet treibodes, bisechet entteltes befehl, und negeet bin Orenu, biskenenu, und beobanenu, bisnesenu, und wie gerät frie, der Eischter geht mit mit jeder Rieden, nicht lefonut, nur zusammen mit dem, und megeet mekabuz am Pnei Mashiach, bigulo amitiswa schlimo, und bemheiru, bejomeinu, Mamos, mit dem, 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 Vielen Dank.